Hallihallöchen, frohe Weihnachten, es ist der erste Weihnachtstag, der 25. Dezember 2013. Und wie sehast du immer noch? Ah, warum guckst du meine Videos an so schönen Tagen? Ne, ist natürlich schön, dass du die Videos guckst. Ah, Platzer, die ist auch gut hier, ja. Ist voll stylisch. Ich hab grad gesehen, ich glaub ich bin mit meinen ganzen Gegnern vom gestrigen Match zusammen. Ich mach mal hier Licht an, ich seh hier gar nichts. Boah, zu hell. Ich hab nämlich hier über meinem Schreibtisch so eine LED-Leiste, die die Farben wechseln kann und so, das ist recht geil. Kann man die Helligkeit einstellen und auch welche Farben, ich glaube ich habe da über 15 Farben, die ich da einstellen kann. Ist schon eine recht geile Sache. Ja, Nase kratzen, weiter. Die Map müsste man, äh, spielen, wenn Silvester ist. Oh, Scharfschütze. Ja, natürlich. Hab jetzt auf der, äh, auf der Waffe hier, ich weiß nicht, vielleicht ist das grad die K-11, K-11, keine Ahnung wie sie grad heißt. Ähm, habe ich, ne, langen Lauf drauf, also es erhöht die Reihschweite enorm. Vielleicht bin ich damit auf Entfernung ein bisschen treffsicherer. Aber auch nur ein bisschen. Oh man. Drohne nähert sich. Scheiß Drohne. Hallo. Ach so, das ist ein Lüfter. Na. Verbündete Vorwärte unterwegs. Sehr gut. Ah, da kommt der Arsch von hinten. Verbündete Drohne nähert sich. Hätte ich eigentlich mit rechnen sollen. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Oder was ist was? Was? Habt ihr das auch grad gehört? Ah. Ah, Quickscope. Sporst. Verbündete Vorräte unterwegs. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Was? Feindliche Drohne nähert sich. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Da hat jemand einen Tomahawk geworfen, glaube ich. Oh Gott, die Musik ist zum Kotzen hier. Muss was anderes auflegen. Ach, das war auch einer. Hoppla. Ist es ruhig. Zu ruhig. Es ist abgefuckt, ruhig. Ich fühl mich. Ich bin stolz. Ach, hier läuft irgendwo Werbung. Nein. Äh, meine Frage an euch in den Videos. Ich schaue ja meine eigenen LPs nicht. Nur um zu wissen, welches Thema diese Folge war. Oder... Äh... Welches... Welches... Thema heute war und... Ähm... Bei den Soundeinstellungen kurz zu gucken. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Von mir aus auch auf die Twitter- oder Facebook-Seite. Von mir aus auch Google+. Scheißegal. Schreibt mir jedenfalls mal rein, wie der Sound ist von den Videos, weil ich immer noch so ein bisschen an Rumschrauben bin, an den Einstellungen. Das ging schnell. Deshalb, äh... Möchte ich gerne mal wissen, vor allen Dingen... Ja, halt die Qualität, ist klar. Ähm... Und ob die Stimme sehr, äh... Basslastig ist. Das würde ich gerne mal wissen. Ich weiß selber, ich habe eine recht tiefe Stimme. Weiß ich halt selber, da ich eine recht tiefe Stimme habe. Und weil ich auch noch auf eine... Recht hohe... Tonqualität rendere. Äh... Kann es halt... Passieren? What the hell? Ach, der Headroom-Text war das. Ich habe ganz vergessen, dass ich mein Handy und so noch umstellen musste. Das habe ich gar nicht... Das habe ich jetzt gar nicht... Bedacht. Ich hoffe, der schreibt jetzt nicht weiter. Sonst erzähle ich dem gleich was. Ich weiß gar nicht, wie eigentlich meine KD gerade ist. Okay. Es ist wieder so verdammt ruhig. Man hört niemand, man sieht niemand. Man hört nur Kugeln fliegen. Aber das war es auch irgendwie. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Mark Terne. 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 Schreibt den doch mal. Boah, nicht schlecht. Ja! Wir haben gewonnen. Ja! Ja! Gegeben. Aber richtig. Der Zwiefel... Zwiefel? Keine Ahnung. Ey, die haben so einen Namen teilweise. Bei mir ist das okay. Bei mir... Entweder liest man Prophet oder Prophet. Je nachdem, wo man herkommt. 8 zu 6. Äh, ist da... Ein Assist. Aber wie gesagt, ihr wisst, dass ich nicht so gut in diesem Spiel bin. Ja, gut. Glaube ich mir nochmal Platz. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, weiterhin frohe Weihnachten. Geh mit der Familie essen oder sonst was. Und ja. Leider ist es so abgefuckt warm dieses Jahr. Das ist unglaublich. Ganz im T-Shirt und im Swimmingpool. Barbecue Weihnachten. Ja, Mann. Geil. So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Äh, bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sag ich mal. Äh, du kannst bei mir mal bei, äh, auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken. Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google+, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts. Einfach nichts. Nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht bei einem neuen oder beim nächsten Video von mir.